Wir von Mörr Kirchenbau möchten Kirchengemeinden und christliche Werke im Bauprozess unterstützen. Wir selbst haben auch einen Hintergrund, dass wir kirchliche Strukturen verstehen und selbst darin leben. Und uns ist ganz wichtig, die Vision und die Strategie der Gemeinde ganz am Anfang zu verstehen, mitzuentwickeln und darauf aufbauend ein neues Gemeindehaus oder christliches Werk zu konzipieren. Wichtig ist dabei, ganz am Anfang mit dabei zu sein, um einfach zu verstehen, wie funktionieren die einzelnen Strukturen und auch Dinge zu hinterfragen, um vielleicht auch neue Wege gemeinsam zu gehen. Uns ist dann ganz wichtig, auch den Prozess bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe, bis zur Einwahrungsfeier mit zu begleiten, damit die Gemeinde oder das kirchliche Werk sich einfach auf ihre Aufgabe konzentrieren kann und wir alle, was mit Bauern zu tun hat, rundum betreuen.